Falls ihr euch fragt, warum es vorhin auf einmal wegging, Akku war leer, deshalb machen wir jetzt der zweite Teil. Und zwar... Also es ist nicht unsere Schuld, das war jetzt gerade ganz spontan. Ja, und zwar heißt diese Show jetzt, und zwar... My Mode 2. Das drehen wir jetzt. Ja, der Nagellack ist noch nicht getrocknet, wir warten jetzt noch einen Moment, dann bis gleich. Ja, Jona hat auch gerade Totenkopf. So sieht er aus, wenn er trocken ist, Jona. So, dann sucht ihr euch eine spezielle Glitzerlack. Ich nehme Silber noch. Ihr könnt auch so machen, macht ihr bloß die Augen, bloß die Haut, oder macht ihr alles. Also ich mache jetzt mal komplett alles, glitzernd. Und einfach drüber pfeffeln. Also, meiner sieht gerade so aus. Der Glitzer, total gut. Wenn ihr fertig seid... Also ich bin gleich fertig. Ihr könnt ja auch... Ihr könnt auch noch Klarlack oder so... Ihr könnt auch übrigens schön übertreiben. So wie ich gerade mit dem Zoom übertreibe. Nein, Jona, nicht mehr gerade, okay? Ich sehe hässlich aus heute. So, dann könnt ihr das Nächste nehmen. Und sagt, nee, 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 Silber ist dafür jetzt nichts. Könnt ihr euch sagen? Hey, meinst du selber? Und dann nehmt ihr Gold zum Beispiel. Gold! Gold und Blau passt geil zusammen. Nein, nein. Eigentlich Blau und Silber. Oh, egal. Ihr könnt auch bloß ein paar Stellen machen. Nicht das Ganze. Ja, ich mache jetzt hier ein paar Stellen. Also, ich habe vorher einen Stiel gemacht, der ist total glitzern. Ja, ich auch. Bloß hier bloß ein paar Glitzerstellen. Und so, hier so. Vielleicht sieht man es in dem nicht besser. Nein, aber ihr könnt es euch vielleicht ein bisschen vorstellen. Ja, und das war's. Mein Mutti 2! Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bei Chiara Vogt! Tschüss!